Ein Kind in einem Wald! Hallo ich bin ein Kind und was mach ich mit diesem Wald? Ich bin ein Schwamm, ich bin ein Schwamm. Lecker ein Schwamme. Darf ich das vielleicht essen? Das will ich so nicht, dass du mich isst, aber es kommt in der Geschichte weiter zu viel los zu beissen. Dann werde ich den jetzt essen. Stürz mal! Stürz mal! Na super. Aber, oh nein, mein Bauch tut weh. Wie kommt das? Nein, das stirbt ich mir! Wer? Ende der Geschichte. Okay, also, ich sage mal das heutige Programm an. Sie werden sehen, einen Albert. Keine Ahnung von dem, was er tut, aber er kann es. Und ich weiß davon, ich spreche. Und er auch. Bitte, Action! Entschuldigung, wir haben hier eine Störung im Bild. Und ich kann jetzt sagen, ja! Was ist denn los in ganz Kalumba mit dem Rumba? Wie das die Uhr geht! Was dabei so geht! Sättige Lämpel! Sie sind perfekt! Sie sind perfekt! Der Ruckel-Wumba aus Kalumba tanzt rumba. Kriegt meine Babys in Kalumba tanzt rumba. Der setzt die Sonne und der Mond wird auf die Sterne in Kalumba tanzt rumba. Tanzt rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba. Die Rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-rumba-r Der ist das Ding! Mit incor Justice Für judgment Und Für 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 Me Für 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 Das war's. Wuhuuu 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 Ich bin der Flo. Ich meine, das war doch schon immer klar, dass ich der Flo bin. Aber ich habe halt jetzt ein bisschen einen Stimmbandler gehabt, zwar nicht den von Garageband, aber den von mir, weil wenn ich so auf ein Auge drücke, dann habe ich einen Stimmbandler, weil gerade rede ich immer nur mit einem Stimmbandler. Wenn ich das weggebe, dann geht es wieder normal, aber wenn ich jetzt mein Auge wieder auf das Auge tue... Hallo, ich bin der Albi, äh, da ist der Flo, und der Albi ist noch nicht da. Jetzt machen wir den Kameraschwenk. Du sitzt doch Flo noch immer da. Mein Gott! Warum gehe ich an der Decke? Der Boden ist immer oben! Nein, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt, ich werde jetzt mit meiner Magie die Welt drehen. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder in der Realenwelt. Oh nein, da kommt eine flingende Hand auf mich zu. Fah! Was ist passiert? Wollten Sie sich schon immer in ein kleines Format bringen? Hier, es ist kein Gefängnis. Es ist der Koffer für Sie, wenn Sie sich auf die Reise mitnehmen. Dann werden wir sehen, wo sie bleibt. Ich sage euch nicht, wer sie ist. Denn sie ist hier drinnen nicht. Nein, sie bleibt noch draußen. Und zwei ist sie hier. Und Albi? Geburtstag. Ich sage euch. Ich sage euch. Dass es ein streades för höll ist. Ä vale lions! Alright, spinnen Sie bis mal ganz schön! Ich zeige euch! Ich sehe euch. Ich sp dele euch. Ich sehe euch. Ich schätze euch. Ich schätze dich! Ich zie euch Sie Aly오. Ich schätze euch. Ich bin Dr. Flo und ich habe eine neue Entdeckung gemacht. Den tragbaren Himmel hier an einem Henkel und ich kann ihn herumtragen. Schauen wir mal, was so passiert. Es scheint hier ein bisschen schöner als draußen. Hallo, ich bin der Doktor für alles. Also wie gesagt, ansonsten ein ganz normaler Mensch. Ich bin wirklich vollkommen normal.